Hallo und welcome in diesem Video. Tobias hier von Fotoinspirator und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ich aus diesem Bild hier, ja, das Bild hier mache. Wenn du da Bock drauf hast, dann einfach dranbleiben. Also, das hier ist das RAW und das ist in Wales entstanden. Wunderlich nicht, es ist relativ dunkel, hat zwei Gründe. Ich wollte hier auf die Lichter belichten, das heißt, ich wollte hier diese schönen Godrays so cool wie möglich rausbekommen. Der andere Grund ist relativ trivial und traurig. Mein Objektiv ist mir ungelogen genau nach dieser Belichtung verreckt. Das heißt, danach wollte das Objektiv einfach nicht mehr mitmachen. Das heißt, ich konnte keine Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera mehr herstellen und musste fortan mein Ersatzobjektiv verwenden. Sei es drum, das Endresultat sieht richtig, richtig, richtig geil aus und deswegen wollte ich euch das mal nicht vorenthalten, wie ich auf dieses Endresultat gekommen bin. Und was ich dann an erster Stelle immer mache in Lightroom, ich schnappe mir hier die Objektivkorrekturen, setze das hier bei chromatischen Aberrationen entfernen. Das bitte immer machen. Dann aktiviere ich hier Profilkorrekturen aktivieren. Was heißt das? Ihr seht, hier ist eine große Verzerrung drin. Jetzt hat er noch überhaupt nichts gemacht. Das liegt daran, dass wir hier noch kein Objektivprofil hinterlegt oder beziehungsweise ausgewählt haben. Kleines Problem. Es gibt auch kein solches Objektivprofil für das Objektiv, was ich hier verwendet habe. Ich habe hier nämlich von Sigma ein Objektiv verwendet, was hier nicht hinterlegt ist. Da gehe ich dann immer so vor, dass ich schaue, was kommt diesem Profil sehr nahe. Und da habe ich festgestellt, dass Canon 16 bis 35 f4, hier ist es, erledigt eigentlich einen richtig guten Job. Das heißt, wir haben die Linie jetzt schön gerade gezogen. Sehen wir auch nochmal, wenn wir die Profilkorrekturen jetzt wieder deaktivieren. Hier könnte man jetzt hier unten nochmal so ein bisschen mehr in die Vollen gehen und in die Feinjustage. Das will ich euch aber jetzt mal vorenthalten. Ich mache einfach mal Folgendes. Ich ziehe das hier so ein bisschen gerade. Und dann seht ihr auch schon, das sieht richtig gut aus. Und da braucht man jetzt schon wirklich Adleraugen, um dann noch überhaupt eine Verzerrung erkennen zu können. Ja, jetzt haben wir aber natürlich noch ein paar andere Probleme, in Anführungszeichen. Ich nenne es immer lieber Herausforderungen. Das Bild ist ja noch relativ dunkel. Deswegen müssen wir uns jetzt hier auf jeden Fall mal mit den Grundeinstellungen und um die Belichtung und den Kontrast und die Präsenz natürlich kümmern. Und da ist an allererster Stelle mal der Weißabgleich. Den möchte ich aber jetzt erst einmal so lassen, wie er ist. Das ist natürlich eine etwas komplizierte Situation, also eine blaue Stunde. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier über die Pipette irgendwie was schnappe und den Weißabgleich darauf regle, dann ist auch wirklich die Frage, hat das überhaupt etwas damit zu tun, was ich mit meinen Augen gesehen habe oder darstellen möchte. Deswegen möchte ich es gerne jetzt einfach mal so lassen, wie es ist. Ich hatte den Weißabgleich auf Tageslicht gestellt. Das ist auch in Ordnung. Aber die Belichtung ist natürlich relativ dunkel. Jetzt könnten wir einmal hingehen und die Belichtung pauschal heller machen. Da sieht man aber direkt, das gefällt mir gar nicht, dann kriegt hier, ja, da geht hier diese Struktur flöten. Das heißt, hier ist dann wirklich alles nur noch weiß. Das finde ich relativ schade. Deswegen, was mache ich? Ich gehe ein bisschen subtiler vor. Ich ziehe erstmal die Tiefen hoch. Da sieht man auch schon, da passiert erstmal gar nichts, weil wir haben sehr viel Spielraum hier. Und deswegen gehe ich hier einfach mal komplett an den Rand. Und dann mache ich noch etwas anderes. Und zwar hole ich mir hier oben einen Verlaufsfilter. Ziehen wir den hier mal drüber. Und zwar möchte ich jetzt unten hier den Vordergrund, hoppala, richtig machen, gerne den Vordergrund ein bisschen heller ziehen, weil der Himmel ist eigentlich von der Belichtung schon mehr oder weniger in Ordnung. Klar, da gehen wir auch nochmal in die Feinjustierung, aber dass wir hier unten, jetzt haben wir es falsch gemacht, jetzt haben wir den Himmel ausgewählt. Das heißt, den Verlaufsfilter einmal drehen. Und dann möchte ich einfach schauen, dass ich unten den Vordergrund mir hier einmal heller ziehe. Ja, jetzt ist es so, es ist grundsätzlich immer gut, dass man hier erst einmal durch die Grundeinstellung macht und dann erst hier Verlaufsfilter und so. Also, das ist einfach eine Performance-Geschichte. Da haben wir auch nochmal ein Video hier auf dem Kanal, wie du in Live-Droom vorgehen solltest, um wirklich von der Leistung her das Maximum rauszuholen. Ich weiß aber jetzt einfach aus Erfahrung, es macht in diesem Fall unheimlich viel Sinn, dass ich hier von vornherein den Himmel und den Vordergrund so ein bisschen gesondert betrachte, da der Himmel eigentlich schon gut ist, so wie er aussieht. Und ich möchte jetzt nicht über die Grundeinstellung dann das gesamte Bild irgendwie verändern oder den Himmel hier kaputt machen. Deswegen habe ich mir hier vorgenommen zu sagen, okay, ich fasse den Himmel erst einmal nicht an und kümmere mich nur um den Bereich hier davor. Und jetzt hat er hier schon eine Voreinstellung vorgenommen, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt einfach hier das heller haben, schlicht und ergreifen. Können wir über die Belichtung regeln. Ich mache aber noch was. Ich gucke, dass ich mir über hier diesen Weißregler den Kontrast noch ein bisschen spannender mache. Das heißt, dass ich hier auf jeden Fall die Tonwerte dahingehend noch so ein bisschen spreize. Und schon seht ihr, dass Vordergrund und Himmel, Vordergrund und Himmelgrund, das sage ich schon Vordergrund und Hintergrund, das heißt hier der Vordergrund und der Himmel ziemlich synchron sind. Und dann kann ich auch an nächster Stelle, wo ich jetzt sage, okay, jetzt passt das ziemlich gut überein, kann ich dann auch in die Grundeinstellung gehen und dann sagen, okay, ich mache die Belichtung insgesamt einen Tacken heller, hol mir jetzt aber die Lichter wieder ein bisschen zurück. Da haben wir das da im Himmel. Genau. So. Perfekt. Da habe ich jetzt wieder diese wunderbaren Godrays im Himmel. Und es ist auch immer eine gute Idee, auf das Histogramm zu schielen. Wir sehen ja hier links, ja, haben wir ein bisschen zu dunkle Bereiche. Da können wir dieses Schwarz noch ein bisschen nach rechts ziehen. Dann können wir nochmal schauen. Weiß. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Reserven. Dann lass ruhig auch machen, dass der Kontrast sich dann maximal erhöht. Und ja, wie geht es dann weiter? Dann mache ich immer gern Folgendes. Und zwar schnappe ich mir hier unten diese Präsenzregler. Hier gibt es jetzt einen ziemlich aktuellen Regler hier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos. Das ist der Strukturregler. Zeige ich euch einfach mal ganz pauschal. Wenn ich den nach hoch nach oben regle, dann legt er eine Struktur über das Bild. Und das auf eine subtilere Art als hier dieser Klarheitsregler. Der macht dieses Bild oft irgendwie kaputt. Das sieht dann so überhyperrealistisch aus. Das ist nicht so fein. Und was ich immer gern mache, das ist wirklich aber reine Geschmackssache. Ich nehme die Klarheit ein Stück runter und dann die Struktur ein Stück hoch. Und dann habe ich nämlich irgendwie so ein insgesamt, ja, so ein bisschen so ein Moody-Look, der aber dann doch noch genug Struktur hat. Da muss man halt einfach auch so ein bisschen rumspielen. Aber das ist reine Geschmackssache. Also es kann auch sein, dass dir das einfach gefällt, die Struktur zu erhöhen oder wie auch immer. Aber so gefällt mir das wirklich immer sehr gut. Und dann kann ich natürlich auch noch hier über die Dynamik schauen, dass ich da so ein bisschen mehr Farbe reinbekomme ins Bild. Es sieht ein bisschen flau aus. Sättigung würde ich eher nicht anfassen. Wenn dann tatsächlich dahingehend, dass ich sie sogar eher reduziere und entsprechend die Dynamik erhöhe. Sodass wirklich dann auch die Farben, die so ein bisschen untergehen hier, noch so ein bisschen mehr Punch bekommen. Jetzt möchte ich aber trotzdem den Weißabgleich mal so ein bisschen korrigieren. Und dann nehme ich mir hier diese Pipette und schnappe mir einen Bereich, wo es sagt, das müsste doch eigentlich weiß sein. Und das ist hier diese Gischt, dieser Schaum vom Meer. Ja, wunderbar. Jetzt hat das Ganze so ein bisschen Magenta-Gelbstich. Das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen übertrieben, weil es war ja durchaus auch blaue Stunde. Deswegen gucke ich, dass ich das wieder ein bisschen runterziehe hier ins Blaue. Aber nicht zu viel. Und dann hier bin ich immer ein Fan von, gerade bei Sonnenuntergang, eher tendenziell weg vom Grün rein ins Magenta. Ja, damit ist das im Grunde genommen erledigt. Jetzt könnten wir hier noch hingehen, vielleicht schauen, Kontrast erhöhen, lasse ich aber erst mal. Als nächstes habe ich gemerkt, hier ist immer noch so eine ziemliche Vignette drin. Die möchte ich gern so ein bisschen rausholen. Und das mache ich, indem ich wieder zurückgehe auf die Objektivkorrekturen. Und hier dann bei Vignettierung einfach schaue, dass ich den Regler so ein bisschen nach rechts schiebe. Bis ich sage, okay, hier passt das. Ich bin manchmal auch ein Fan von so einer leichten Vignette, aber die können wir uns ja im Zweifelsfall dann hinterher auch nochmal drüberlegen. Aber so ist dann auf jeden Fall schon mal das Bild da angehend korrigiert. Wir haben diese Vignette nicht mehr und können dann hier entsprechend weitermachen. Und dann mache ich gern auch nochmal folgendes, dass ich mir lokal, weil ihr erinnert euch, ich habe hier so ein bisschen die Dynamik, Entschuldigung, die Klarheit runtergezogen und die Struktur etwas hochgezogen. Und trotzdem ist mir jetzt hier dieser Baumstamm im Vordergrund ein bisschen zu flach. Und den möchte ich gern mit so ein bisschen Struktur versehen. Und da male ich dann einfach mit dem Korrekturpinsel hier über den Baumstamm und hole mir dadurch so eine wirklich subtile Schärfewirkung. Und es macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Ja, damit eigentlich hier soweit schon zu den wesentlichen wichtigsten Sachen. Jetzt gibt es noch so Kleinigkeiten. Ich würde jetzt gern den Himmel noch so ein bisschen dramatischer machen. Das mache ich jetzt, indem ich hier mir abermeist den Pinsel schnappe und dann wieder einmal schaue, wie kann ich das hinbekommen, dass diese Godrays hier noch geiler aussehen. Und da habe ich festgestellt, ein richtig cooler Weg, um hier im Himmel einfach mehr Punch rauszuholen, ist tatsächlich hier dieser Regler Dunst entfernen. Der ist aber wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich ziehe ihn jetzt mal hier runter, übertreibe es mal so ein bisschen, falsche Richtung rechts, sage, ich möchte hier den Dunst entfernen. Und ihr seht schon, wenn ich hier drüber male, passiert einiges. Das heißt, das wirkt insgesamt einfach viel kontrastreicher. Auf einmal hat der Himmel wirklich so eine Dynamik, wenn man so will. Ich male das jetzt hier mal drüber. Und dann male ich das hier unten auch nochmal drüber. Und dann kann ich ja, jetzt habe ich ja quasi den ganzen Himmel oder diesen Bereich mir jetzt einfach mal ausgemalt und kann jetzt ja hier dann nochmal vorgehen und gucken, testen. Okay, Dunst entfernen, einmal komplett reduziert und dann hier einfach mal nach rechts ziehen, wo ich sage, okay, das ist natürlich hier hoffnungslos übertrieben. Aber wirklich einfach mal so vorsichtig vorgehen und schauen, wo sage ich, okay, das passt, das sieht sehr schön aus, das ist doch wunderbar. Ein weiterer Regler, der hier weiterhelfen kann, ist der Klarheitsregler. Vor allen Dingen hier in diesem Bereich holt er mir die Struktur oder wenn man so will, diese Zeichnung, diesen Kontrast in diesen Lichtstrahlen hier raus. Das heißt, den verwende ich dann auch relativ gerne im Himmel. Und ihr seht schon, ich hole mir jetzt hier wirklich diese Dynamik, diesen Kontrast im Himmel raus, kann jetzt da nochmal ein bisschen gegensteuern. Ist etwas dunkel geworden, indem ich hier die Tiefen nochmal so ein bisschen zurückhole, ein bisschen aufhelle. Und dann werde ich die Lichter noch so ein bisschen reduzieren, dass ich dann noch mehr Dynamik einfach in diesem Bereich habe. So gefällt mir das schon ziemlich gut. Ja, jetzt haben wir im Grunde genommen ein richtig cooles Bild, aber ich bin so mit dieser Gesamtfarbewirkung noch nicht so wirklich zufrieden. Für mich sieht das noch so ein bisschen, ja, ich sage es ganz ehrlich, langweilig aus. Und deswegen möchte ich nochmal kurz mitnehmen auf eine kleine Reise in ein Plug-in hier für Lightroom. Und das da heißt, die Nick Collection, da haben wir auch nochmal einen Link unter diesem Video, wie du dir diese Nick Collection auf dein PC oder Mac laden kannst. Da mal unten in die Liste gucken. Ich klicke jetzt hier mit dem Rechtsklick aus Foto und sage Bearbeiten in und gehe dann nämlich in Color Effects Pro. Und was wir wirklich da dann noch wirklich regeln können, das ist dann fast Magie. Da können wir wirklich aus dem Foto dann nochmal was richtig Geiles machen. So, jetzt haben wir hier in der Nick Collection das Foto geöffnet und jetzt gibt es hier so eine Reihe von Filtern, die man da anwenden kann. Ich möchte euch hier eine kleine Abkürzung geben und zwar zeige ich euch einfach mal, welches Filter-Setting ich richtig, richtig cool finde. Und ich habe mir da nämlich dann ein Preset erstellt. Ich habe es genannt Awesome, weil ich diesen Look einfach richtig awesome finde. und man sieht eigentlich schon auf den ersten Blick, das sieht viel, viel geiler aus. Ich mache mal hier so eine Vorher-Nachher-Ansicht. Hier links haben wir noch wirklich so diese relativ flaue, langweilige, unbrisante Stimmung vorherrschen. Das sieht also so ziemlich flau aus. Und rechts geht es richtig ab. Gehe ich da wieder zurück. Hier sieht man auch nochmal das vollständige Bild. Hier oben das Bild aus Lightroom und hier unten dann eben mit den Bearbeitungen, die ich hier vorgenommen habe. Und was ich da genau gemacht habe, da möchte ich jetzt nochmal im Detail drauf eingehen mit dir. Aber jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Und zwar ist das einmal der Skylight-Filter. Das zeige ich dir mal, indem ich den einmal hier deaktiviere. Und das ist wirklich richtig, richtig cool. Das ist eigentlich so der Großteil des Unterschieds hier, den ich hier in Nick mir raushole. Ja, du siehst es hier, sieht das alles irgendwie relativ flau aus. Und mit diesem Skylight-Filter hole ich mir mehr Punch, mehr Dynamik, mehr Kontrast einfach in dieses Sonnenlicht rein. Und hier kannst du dann auch hingehen und die Stärke, wie stark der zum Tragen kommt, umstellen. Hier rechts von völlig übertrieben bis links zu gar keinem Unterschied. Und da dann wirklich einfach der eigenen Geschmacksrichtung folgen oder wie zum Beispiel das, was du schön findest, ist dann in dem Fall auch richtig. Dann ein weiterer Filter, der durchaus sinnvoll sein kann, nicht immer, aber oft ist der Sunlight-Filter. Und der Sunlight-Filter ist eigentlich nichts anderes wie so eine Art Verkappter oder so eine Abkürzung zum Orton-Effekt. Wir haben für den Orton-Effekt ein separates Video hier, das hat der Christoph gemacht. Da zeigt er euch wirklich die verschiedenen Methoden im Wesentlichen, wie man so einen Orton-Effekt auf sein Foto bekommen kann. Und eine Methode ist eben hier über diesen Sunlight-Effekt in der Nick-Collection. Und ihr seht schon, da muss man jetzt wirklich überlegen, wenn ich den Sunlight-Effekt drauflege, habe ich zwar insgesamt so eine relativ schöne Stimmung, die hier rüberkommt, aber ich deaktiviere ihn mal und man sieht, wenn ich ihn deaktiviere, habe ich dafür hier oben mehr Punch, mehr Kontrast, mehr Zeichnung. Deswegen könnte man auch überlegen, ob man hier einfach mit Kontrollpunkten arbeitet. Das heißt, ich könnte jetzt hier so einen Minus-Kontrollpunkt mehr nehmen, den hier oben hinsetzen auf diesen Himmel und da sieht man es auch schon, hier kommt dieser Effekt dann nicht zum Tagen. Man kann dann noch hier in die Detaileinstellung gehen, das heißt, die Größe kann ich hier verändern, des Kontrollpunkts und eben die Deckkraft. Und das ist einfach eine super geniale, intuitive Methode, um hier in der Nick-Collection da noch mal selektiv Änderungen vorzunehmen. Und das ist auch wirklich die Stärke hier von der Nick-Collection. Und das ist auch wirklich die Stärke hier von der Nick-Collection. Das ist auch über diese Kontrollpunkte dann selektiv im Bild dann auch hier und da was zu verändern. So gefällt mir das dann aber wirklich schon ziemlich gut. Und dann kann man hier, wie gesagt, das sind einfach nur drei Filter, die ich jetzt toll finde. Das heißt nicht, dass du die toll findest. Das heißt, schau hier wirklich mal links, was gibt es hier für Filter, was gibt es für Möglichkeiten, Experimentierungen. Das ist einfach etwas, wo ich gemerkt habe, das gefällt mir gut. Hier haben wir Pro Contrast, den deaktiviere ich jetzt auch mal. Der entfernt mir hier einfach so ein bisschen den Farbstich. Merkt man gar nicht so genau. Ich ziehe es jetzt nochmal ganz nach links. Hier hat das Ganze noch so einen ziemlichen Blaustich. Und wenn ich es nach rechts ziehe, wird das alles noch so ein bisschen wärmer, ein bisschen sommerlicher. Da muss man einfach auch wieder schauen, was einem gefällt. Das ist relativ subtil, der Filter. Aber das passt ja auch schon nicht. Ich lege den mir mal hier in die Mitte, dann passt mir das. Dann haben wir noch hier andere Regler. Kontrast korrigieren. Ein dynamischer Kontrast, der den Kontrast dann so ein bisschen verändert, ohne dass er hier in den Hellen und Tiefen hier sehr viel kaputt macht. Das heißt, den könnte man vielleicht so ein bisschen ins Rennen schicken. Aber da muss man wirklich immer höllisch aufpassen, weil sehr schnell dankt man dann dazu, es zu übertreiben. Und dann sieht das alles überhaupt nicht mehr schön aus. Deswegen tente ich jetzt wirklich dazu, das so zu lassen, wie es ist. Und dann kann ich mir hier noch über die Schatten- und Spitzlichterregler gucken, dass ich mir hier die Spitzlichter rette. Das mache ich auch mal so ein bisschen, aber wirklich nur einen Tacken, weil ich nicht möchte, dass mir die Zeichnung hier flöten geht im Schatten. Das Gleiche brauchen wir aber nicht. Das sieht wunderbar aus, so wie es ist. Ja, und dann kann man das eben, indem man hier einfach auf Speichern drückt, wieder zurückschicken nach Lightroom sozusagen. So, und jetzt sind wir zurück in Lightroom und das Bild sieht richtig geil aus, wie ich finde. Wir haben jetzt hier einen Tiff, das zeige ich euch mal. Ich drücke mal auf I. Das heißt, wir sind nicht mehr im Raw-Workflow, haben aber trotzdem noch einen Tiff. Das heißt, wir haben schon noch sehr viel mehr Möglichkeiten, hier noch Änderungen vorzunehmen, als das bei einem JPEG der Fall wäre. Und was ich hier dann ganz gerne noch mache, ist, dass ich schaue, dass ich dem Bild so insgesamt noch ein bisschen mehr Punch gebe. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder hier in die Grundeinstellung und schaue, dass ich hier das Weiß ein bisschen hochziehe. Da muss ich natürlich aufpassen, hier fressen die Lichter aus. Die ziehe ich dann vielleicht noch ein bisschen runter. So, dass sie gut aus haben, ich einfach noch mal ein bisschen mehr Punch. Gleiches kann ich mit dem Schwarzregler machen. Hier sehen wir, haben wir noch so eine Tonwertlücke. Das ist jetzt kein Gesetz. Kann ich so auch hier am Histogramm machen. Ihr seht, zack, ziehe ich mir hier nach links. Das ist kein Gesetz, das ist keine Regel. Das ist halt einfach so, dass ich jetzt hier das Gefühl habe, das Bild könnte ein bisschen mehr Punch gebrauchen. Die Schwarzen haben das jetzt noch ein bisschen dunkel gemacht in den Tiefen. Die hole ich mir jetzt ein bisschen wieder zurück. Möchte es aber auch nicht übertreiben. Ja, das finde ich eigentlich schon richtig, richtig geil. Jetzt ist mir das hier oben noch ein bisschen zu dunkel. Da gehe ich dann auch schlicht und ergreifend einfach wieder hin. Ich mache das relativ easy. Gucke, dass ich mir hier wieder diesen Verlaufsfilter drüber lege. Und dass ich dann einfach nur mir die Tiefen schnappe und die noch ein bisschen heller mache. Also ich möchte es hier wirklich nicht übertreiben. Wir haben das ja eigentlich alles vorhin gemacht. Aber das sind dann so Dinge, die merkt man dann vielleicht hinterher, dass man das einfach noch mal so ein bisschen perfektionieren möchte. Ziehe mir die Tiefen etwas heller. Und dann habe ich festgestellt, auch das hätte ich durchaus schon vorher vielleicht machen können oder sollen die Dynamik vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Das mache ich aber jetzt einfach. Ich schaue das nicht mehr noch ein bisschen mehr. Ja, übertreiben muss man es auch nicht unbedingt. Dann sieht es sehr schnell aus wie ein Gummibärchen. Aber hier kann man dann auch noch so ein bisschen fein justieren. Ich merke gerade, habe ich die Sättigung erhöht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Sättigung eigentlich eher ein bisschen runterziehen. Dynamik ein bisschen hoch. Ja, so gefällt mir das wirklich schon ziemlich gut. Jetzt gehe ich nochmal hin, final und gucke, dass ich mir das Ganze ein bisschen schärfe. Und da mache ich mir jetzt auch hier diesen Maskierungsmodus zu benutze. Einmal auf die Alltaste gedrückt, hier nach rechts ziehen und gucken, dass ich wirklich die Schärfe selektiv auf die Bereiche setze, die auch wirklich im Fokus sind. Das heißt, die Wolken muss ich nicht schärfen, denn das Schärfen hat einen kleinen Nachteil. Dadurch erhöht sich so ein bisschen das Rauschen auf Pixelebene. Deswegen hier bitte nicht übertreiben und am besten mit dem Maskierungsmodus vorgehen. Und dann ist das Bild im Kasten. Klar, wir können hier und da noch Veränderungen vornehmen. Wir können jetzt sagen, wir legen uns das Bild erstmal zur Seite und gucken uns das morgen nochmal an. Das ist sowieso immer mein Vorschlag. Machen wir eine Bearbeitung, schlafen wir an der Nacht drüber und dann guckst du dir wieder an. Und vielleicht stehe ich morgen auf und denke, boah, das hat ja viel zu viel Dynamik oder das ist ja viel zu surreal. Oder hier möchte ich einfach das von der Klarheit her noch verändern. Was weiß ich, weiß der Geier. Dass man da halt einfach nochmal hingeht und dann das Bild nochmal perfektioniert. Aber in diesem Sinne ist das Video dann eigentlich an der Stelle beendet und wir holen uns jetzt einfach nochmal dieses Vorher-Nachher hier raus. Ein kleiner Unterschied ist festzustellen, wie gesagt, nochmal wie eingangs erwähnt, ich möchte euch jetzt nicht empfehlen, ein Bild zwangsweise hier so dunkel zu belichten. Und das zeigt einfach hier in diesem Tutorial, was man wirklich da noch rausholen kann. Das ist einfach gigantisch. Das heißt, wenn jetzt mein Objektiv mehr nicht verreckt wäre, hätte ich hier noch ein HDR gemacht. Das heißt, ich hätte geschaut, dass ich noch ein zweites Bild gemacht hätte, das heller belichtet wäre und dann hätte ich hier auch mit Maskierungen arbeiten können und dadurch dann wirklich auch auf einem Nerd-Level wirklich perfekte Zeichnung. Hier in diesem Bild hier rechts haben wir natürlich dann ein etwas unterbelichtetes Bild genommen und das sehr viel heller gemacht. Aber ich finde, es sieht trotzdem richtig, richtig, richtig geil aus. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der nächsten Bearbeitung deines Fotos. Das war es dann auch schon für dieses Video und für diese Woche. Ja, wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, teil das Video mit deinen Freunden und hau einmal richtig kräftig auf den Subscribe-Button und wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Video. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.